Was ist der Vortrag? Wir berichten über unseren Erfahrungsbericht von der Grün einer Juna User Group, in diesem Fall Karlsruhe. Wir sind der Viktor Vogel und ich, beides Mitarbeiter der 1&1 Internet SE und da fangen dann auch schon die Probleme an. Also wir hatten uns Anfang des Jahres zusammengeschlossen und gesagt, Karlsruhe hat einfach keine User Group, wir müssen unbedingt eine machen, weil wir haben gesehen, es gibt Potenzial in der Gegend, aber es hat es einfach noch niemand geschafft, eine zu etablieren, die mehr als sich einmal getroffen hat. Also es gab mal Treffen von Userbegeisterten, aber das hat sich im Sand verlaufen und die haben uns nur ein paar Mal getroffen und wir haben gedacht, wir wollen das immer richtig professionell angehen mit Unterstützung von David und was richtig auf die Beine stellen und was auch wirklich bestand. Genau. Dann haben wir uns zusammengetan, schön Webhosting Paket genommen, Webseite gebaut, erstes Treffen einberufen. Natürlich Sponsoring von der 1&1, die hat gesagt, hey, wir finden gut, dass ihr euch auch neben der Arbeit für das Produkt einsetzt. Wir stellen euch einen Raum, es gibt Pizza und ein bisschen Bier und andere Getränke und dann hat es angefangen. Im Gegenzug hat die 1&1 einfach eine Namensliste gebraucht, dass sie wissen, wer in ihren Räumen überhaupt alles so ist. Willst du mir den Ball los schreien? Was willst du? Ja, okay. Und dann kamen natürlich die ersten, ja, jetzt geht es schon hier los, gutes erstes Treffen, da muss ich erst mal meine Daten angeben, die 1&1 wird uns doch damit nur abzocken und alles und müssen sagen, das ist ausgeartet auf diversen sozialen Kanälen, bis sich dann gewisse Personen eingeschaltet haben und mal den Spirit von Open Source gesagt haben, hey, hier geht es um Gemeinschaft und wenn halt ein Unternehmen denkt, sie müssen die Community unterstützen, was ja nicht großartig ist, dann soll man darüber froh sein und alles. Genau, also am Anfang war das Problem, wir haben so ein, intern haben wir so ein Anwälte-Tool, womit wir quasi auch, wenn wir schon die Räume verräumen, wie wir die externen Besucher treffen quasi oder aufnehmen und das war komplett auf Englisch. Und es gab ein paar User, die einfach ein Problem damit hatten, sich dort einen Account anzunehmen, um einfach sich zu registrieren, aber da es halt Vorgabe war, dass wir halt wirklich auch die User auf dem Team da zu Gast sind am Abend, war das ein Problem, was wir dann quasi, wo wir als erstes drauf gestoßen sind, weil wir haben es eigentlich nicht so gekommen sind, weil wir dachten, okay, super, 1&1 sponsert das Ganze, wir haben keinen Raum klimatisiert mit Beamer, mit allem drum und dran, wir haben auch FES und so, wir haben gesponsort alles, aber dann kam trotzdem, obwohl wir all diesen Luxus gehabt haben, die wahrscheinlich nicht viele User Groups haben, kam immer noch irgendwelche Stimmen, die voll dagegen waren und dann, ah, die 1&1 mischt sich da wieder ein und so und das war auch der Punkt, der mir auch wichtig war, ich wollte den User Group eigentlich unabhängig von den Unternehmen gründen, das ist einfach unser privates Projekt, aber wir haben halt die Möglichkeit gehabt, diese Sponsorin in Anspruch zu nehmen, diese Unterstützung von der 1&1 und das war auch, was wir dann quasi, wo wir auch irgendwie dann später der Community verglücken mussten, dass das ein unser privates Projekt ist, wir reden nur diese Unterstützung und nach dem ersten Treffen haben wir ein paar Sachen geändert. Genau, dann haben wir erstmal das Anmeldekonzept von, ihr müsst euch auch in einer bestimmten Website anmelden, auch, hey, registriert euch doch einfach hier auf unserer TUNA User Group Seite, haben wir einen Registrierungsbutton, registriert euch da und ihr kriegt automatisch eine Mail, wenn es soweit ist, umgestellt, das kam dann auch relativ gut an und dann gab es noch so ein, zwei Kleinigkeiten, wie die Leute trotzdem noch unzufrieden waren, so, warum steht es dann 1&1-Banner auf eurer Webseite? Den ich entfernt habe. Genau, den haben wir dann entfernt, obwohl wir eigentlich nichts dagegen hatten. Ja, und dann war es halt so, dass wir daraus gelernt haben und als Konsequenzen haben wir gesagt, okay, dann das zweite, dritte, machen wir halt vor Ort das. Das heißt, wir gehen in eine andere Location, wir gucken, was wir dann haben. Das Gute ist, wir haben, also wir haben, in der User Group haben wir eine Agentur drin, also sind Mitarbeiter einer Agentur, die sind vier, fünf Leute und die sind wirklich auch immer dabei, bei jedem Seiten ist es jetzt mal und die passen alle dabei. Ich darf es ja sagen, Formativ.net aus Karlsruhe, die haben auch in Frankfurt gesetzt und die haben halt angeboten, dass sie das zweite Treffen bei ihnen auf der, wie nennt man das? Terrasse. Auf der Terrasse. Nee, nee, das war irgendwie so eingeeckt. Terrasse halt grilllos und das war Blatt im Sommer und das war super toll und das war auch das Angebot, dass wir halt diesen Gedanken und dieses Negative, ja, ihr seid so 1&1 geboten, halt loslösen und das kam auch super an, das war richtig gut. Ja, also waren viele, viele da, viele auch Leute, die nicht beim ersten Treffen, dabei waren und ja, das war super, das haben wir dann dort gemacht, dieses zweite Treffen kam so gut an. Das war dann auch der Punkt, wo so den, oder den Mitgliedern der User Group klar wurde, dass man einfach so Sponsoren braucht, wo man sich treffen kann, weil die 1&1 war erst ein Riesenproblem, weil es ja ein Massenhoster und hat ein schlechtes Image in der Community und als die gehabt, ja. Aber es gibt halt immer noch Leute, die sich schlecht ansehen, weil es aus, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, haben viel verbessert, aber egal. Ja, beim zweiten Treffen gab es dann auch einen Vortrag von uns, wie dann 1&1 überhaupt die Community unterstützt, also dass es halt weit mehr macht, als einfach nur Joomla installieren und dann nichts mehr. Seht man allein daran, dass Viktor Vollzeit an Joomla arbeiten darf bei uns oder arbeitet, nicht nur darf, ebenso ich muss. Ja, genau, also dann geht es halt weiter und wir haben halt beschlossen, wir werden die Treffen halt in verschiedenen Locations machen. Bis jetzt ist es halt dazu gekommen, dass wir die nächsten zwei Treffen auch wieder bei der 1&1 gemacht haben, was aber kein Problem ist, weil für die, die es irgendwie gestanden haben, dass wir einfach nur diese Möglichkeit kostenlos nutzen können, weil wir haben uns natürlich auch andere Locations angezeigt, aber meistens ist es irgendwie verbunden mit, dass du irgendwie, wenn du zum Beispiel ein Problem auch brauchst, dass du so viel zahlst oder wie auch immer, und wir wollten ja, dieses User Group soll einfach nur ein Treffen sein und einfach nur Austausch von Joomla wissen oder von Interessen, also gleichen Interessen. Und wir wollten das nicht irgendwie auch kommerziell, oder wir wollten auch kein Geld von diesen Mitgliedern oder von diesen User Group Teilnehmern irgendwie nehmen. Deshalb fand ich es auch super und die User, die jetzt auch kommen, die auch jedes Mal dabei waren, für die ist das auch gar kein Problem mehr irgendwie, dass wir die unsere Rolle dort nutzen, weil wir, wir verkaufen dort nichts, es ist einfach nur, wir nutzen einfach nichts drauf. Und für mich, was von Anfang an sehr wichtig ist, ich habe auch der andere hier auch ganz klar gemacht, wenn sie schon schon einen Blog, 1&1-Blog, was über die User Group schreibt, dass das einfach neutral geschrieben ist, wie unser Privatsprojekt, und quasi wir nutzen das natürliche und diese Reichweite, um unser User Group quasi gut darzustellen, ist ja logisch. Ja, also nachdem so die 1&1 in diese Joomla User Group angenommen wurde, haben wir dann noch ein paar andere Eckpunkte immer wieder gehabt. Und dann erzähle ich mal so aus der Sicht der, ich habe mich alles um die Technik gekümmert, die Webseite, wie ihr hier seht, haben wir auf dem Server laufen, und da gab es halt auch so ein paar Sachen, die man einfach beachten muss, wenn man irgendwo eine Joomla User Group gründet. Wie ihr vielleicht alle wisst, ist Joomla ein eingetragenes Markenzeichen, beziehungsweise hat ein Copyright, man darf sich einfach benutzen. Deshalb empfehle ich jedem, der eine User Group gründen will, erstmal den Footer so anzupassen, dass eben die Joomla User Group offiziell anerkannt und lizenziert ist. Das könnt ihr machen, indem ihr euch auf joomla.org einfach registrieren lasst, das ist ein einfacher Prozess, ihr stellt ein Ticket, schickt eure Webseite mit hin, so wie es so schon ist, die sagen, ja, okay, hier habt ihr den Footer, passt ihn einfach an, und dann passt alles. Wenn ihr dann noch mehr Verbreitung sozusagen wollt, könnt ihr euch auch auf joomla.de melden, da gibt es auch eine Ansammlung von Joomla User Groups, wo dann auch immer die Termine stehen. Bevor ihr natürlich eine Gründe, guckt erstmal, ob es euch eine Gegend gibt. Kurze Frage, ich sehe das gerade, muss das auf jeder Webseite mit Joomla Benutzen im Footer stehen? Ich weiß nicht, dass es erwähnt werden muss, es kann auch irgendwie pressen und dann zurückbleiben, das muss irgendwie erwähnt werden. Das muss, wenn du Joomla benutzt, das ist unabhängig davon, das brauchst du nicht hinzuschreiben, aber wenn du irgendwas mit Joomla oder in der Webseite, in der URL, irgendwas mit Joomla benutzt, dann musst du dich eigentlich davon, quasi, du musst angeben, dass du nicht offiziell für Joomla irgendwas machst. Genau. Ja, okay, und dann liegt die Seite ja erstmal auf unserem Server und ich bin ja so ein bisschen so Performance-Fetischist und so, da habe ich gemeint, ey, was kann man da machen? Da habe ich gemeint, okay, wir müssen, natürlich habe ich die Seite optimiert und alles, dann habe ich ein bisschen zu überoptimiert, dann habe ich halt Cache und so optimiert und wie auch immer. Das Problem dann war, die Registrierung ging nicht mehr. Man konnte, der Token, ihr kennt das, Token Access Denied, wie heißt das? Token ist nicht gesetzt. Nee. Auf jeden Fall, weil ich, wie sind die Invalide, ja. Ich habe die Seite gecached und das war super schnell und dann, keiner registriert sich. Was ist denn los? Es sind keine da, obwohl viele Infos mich kontaktiert haben, hey Victor, hier, was soll ich machen? Ja, habe ich geschickt, hier, registriert euch, dann seid ihr auf dem Newsletter-Verteiler drin. Super. Und da kam nichts rein, wenn ich, ey, was ist denn los? Dann habe ich selber gepasst und da kam nichts in die Token. Das ist ein generelles Dünnmal-Problem, wenn man zu sehr diese Cache und so liest, muss man aufpassen, dass man halt diese Registrierungspunkte oder so, dass halt da, also dafür sollte man den Cache nicht zu sehr hochdrehen, beziehungsweise wenn man diese Funktionalität braucht. Und dann, das haben wir natürlich dann optimiert und so, dann habe ich auch da ein paar Sachen geändert, aber mir ging es halt noch mehr. Wir haben zum Beispiel das Ganze auf einem Apache-Laufen gehabt und da kam Lukas ins Spiel und er hat vorgeschlagen, wir ziehen halt die Seite jetzt mal um auf Nginx. Und das war auch so ein cooles Abenteuer und das war auch gleichzeitig so eine Struktur, um zu zeigen, Joomla läuft super schnell, super geil auf Nginx, ohne Anpassung, ohne Änderung. Und das war halt der Job von Lukas, das hat er darüber genommen. Genau, da Victor sich eher so um die Software-Joomla kümmert, hat ich gesagt, ich kümmere mich um den ganzen Rest. Wir haben uns einen V-Server hochgezogen, dann da schön Nginx drauf gemacht und Joomla hat dann drauf installiert, ich muss echt sagen, Joomla und Nginx vertragen sich super. Falls ihr schon mal bemerkt habt, wenn ihr Joomla irgendwie installiert, liegt da neben der HT-Access auch eine Web.config. Genau dieser Teil wird nämlich dann vom Nginx geladen und dient einfach so als Konfiguration des Nginx, weil den konfiguriert man nicht standardmäßig wie den Apache, dass der komplette Server so läuft, sondern immer nur jeder Folder oder jedes Projekt wird einzeln konfiguriert darüber. Da haben wir dann viel rumgebastelt, viel erlebt sozusagen, programmiert und sind dann am Schluss auf die Website hergekommen. Dank Victor haben wir auch einen Countdown-Zähler für unser nächstes Meetup. Wir hatten einen Countdown-Zähler. Nee, der zählt jetzt die Zeit hoch. Also Joomla, der läuft schon seit 8 Stunden. Wir haben ja auch einen Countdown geklaut. Das war unsere Idee. Wir haben nichts geglaubt, dieses Countdown-Modul wurde von mir geschrieben. Das hast du geklaut. Wir waren Feuerwehr. Okay, also zeitlich gesehen, ja, aber das Modul wurde tief auf euch. Ja. Was ich noch sagen wollte, das ist jetzt ein bisschen so Webseiten-Schnick-Schnack und so. Jetzt wollen wir mal vielleicht an die User Group selber eingehen. Es ist natürlich wichtig, wenn ihr sowas gründet, ihr müsst selber natürlich sehr aktiv sein. Also wir waren in den ersten Mieter immer, beziehungsweise haben wir viel übernommen, auch zum Beispiel Vorträge und sowas. Wir haben halt versucht zu animieren, die Leute irgendwie auch zu zeigen, sowas möglich und so. Weil es kamen sehr viele User. Wir haben wirklich eine breite Palette eigentlich. Die Alibu, die sind relativ fit. Die machen auch viele CSS-Sachen. Also wirklich, wir haben auch eine Designerin, die nur für Design-Tusche, in der ein-ein-ein-apporten-programmiert und so. Und sie sind relativ fit. Und wir haben auch viele, viele, die nur am Rammal-Leber oder auch Remis kommen, die nicht so ein großes Level haben. Das heißt, am Anfang ist es auch wirklich wichtig, dass man so irgendwie auch so eine Balance findet, was für alle Interessant sind. Natürlich hat man auch, wir haben jetzt ein paar Mal auch gehabt, und das kennt ihr wahrscheinlich jetzt auch, dass Leute kommen und die wollen einfach nur Informationen und wir sollen nur Hilfe haben für ihre Projekte. Und da sieht man sich nie wieder. Das kommt natürlich auch vor. Man lernt das kennen und man lernt auch, man kann es auch einfach einschätzen. Denn die Leute kommen so, was sie eigentlich wollen. Wollen sie wirklich in die Community, wollen sie wirklich in diesen Kreis rein, in diesen Club quasi? Oder wollen sie wirklich nur irgendwie das Wissen abzapfen und gehen? Ich weiß nicht, bis jetzt kam es uns nicht so krass vor, aber ich denke, das muss man dann von Fall zu Fall gucken und vielleicht auch den Leuten drüber reden und sagen, wir wollen eigentlich wirklich uns regelmäßig drehen, wir wollen eine Gemeinschaft bilden und auch zusammenhalten und nicht in die Notwissen abgreifen und gehen. Und dann haben wir natürlich, für jedes Meetup haben wir Sessions vorbereiten. Wir haben, keine Ahnung, zwei, drei Vorträge jeden Abend dann gemacht, jedes Meetup gemacht. Dann hat jeder halt was übernommen. Genau, also, und was ich auch als sehr, sehr wichtigen Tipp an alle weitergeben möchte, die eine Tunnel User Group gründen, lasst euch einfach nicht entmutigen, wenn die ersten zwei, drei Meetups nicht viel los ist. Das muss ich rumsprechen. Dann kommt der eine beim ersten Mal, hat beim zweiten Mal aber keine Zeit, gebt euch auch nicht Bescheid und ihr denkt, naja, der war jetzt nur so da. Also, das muss ich einfach erst mal festlegen in eurer Stadt oder in eurer Region. Und es ist auch eine gute Sache, dass wir überall in Deutschland Junda User Groups haben, wie man ja auch auf der Karte von Junda DDSD sind wir wild verstreut in ganz Deutschland und wie geht denn damit den Bereich? Das ist der... Wie heißt der Bereich? Die Todeszone. Aber hier in Leipzig oder Dresden oder irgendwo, da wird, glaube ich, der Gerald, glaube ich, da hat was geplant. In Leipzig, gell? Ich hoffe, da kommen die Todeszonen, das ist ja natürlich schon ein bisschen krass. Also, falls ihr euch eine gründen wollt, wie vorhin schon gesagt, guckt ihr erst mal, ob es eine gibt. Ihr seht, gerade in dem Bereich gibt es eigentlich relativ viele und wie ihr jetzt hier seht, haben wir die in Karlsruhe gegründet, obwohl ja Rhein-Neckar, das wäre Mannheim, dann haben wir Stuttgart, Freiburg, das ist so alles in der Nähe. Aber die Community lebt einfach vom Dasein und wenn du erst mal zwei Stunden irgendwo hinfahren musst, dann hast du keine Lust auf ein Meetup, dass es vielleicht nur eine Stunde geht. Genau. Deshalb seid mutig, gründe User Groups, wo auch immer ihr wollt. In Amerika gibt es sogar User Groups in derselben Stadt, einfach weil du halt in New York zwei Stunden fahren musst, um von A nach B zu kommen. Also, wir sind jetzt hier, das ist allein Deutschland. Jetzt haben wir aber auch auf die Twitter.org findet man im Community Portal auch die anderen User Groups. Wer ist das? Ich glaube, da haben wir das letzte Mal über 200. Genau, in Afrika 15 Stück, Asien 28, der Karibik, Zentralamerika, in Europa 115, im Mittleren Osten 3, Nordamerika 46, in Südamerika 46. Also, wie ihr seht, auf der ganzen Welt zerstreut. Und, was auch so ein cooler Tipp ist eigentlich, falls ihr mal irgendwo im Urlaub seid, länger, Städtetrip oder so, guckt doch, ob es ein Junior-User-Treffen gibt, meldet euch an, schaut vorbei, lernt neue Leute kennen. Weil in der Community gibt es immer coole Leute, man hat immer viel Spaß, wenn man mit der Community unterwegs ist. Und man erlebt auch immer irgendwas. Lernt neue Leute kennen, erfahrt auch von dem, hilfreiche Tipps teilweise, lernt neue Sachen kennen. Was uns geholfen hat, wir haben David eingeladen, beim ersten Treffen, unserem Guru, David Yandhi, und der ist extra angefahren, auf seine Kosten zum anderen Läs, der wollte einfach dabei sein, bei der Gründung, und dann hat er auch einen Vortrag erhalten, über Junior-User-Leisticht, und da haben uns viele gute Tipps gegeben, was wir auch wirklich so auch umgesetzt versucht haben. Und, ja, zum Beispiel, es ist immer gut, wenn man zum Beispiel jemanden kennt, der bereits länger in der User-Bug betreibt, oder in der User-Bug drin ist, oder UFU hier in Hamburg, einfach anquatschen, und so fragen, wie läuft ihr euch, was macht ihr, wie oft trefft ihr euch, das haben so Kleinigkeiten, so organisatorische Sachen, die uns wirklich einiges gebracht haben, weil wir haben auch aus der Frau gesprochen, und wir haben auch viele Sachen auch umgesetzt, wir haben jetzt zum Beispiel, jeden zweiten Monat treffen wir uns, an einem zweiten Mittwoch, also wir haben schon das Datum immer so festgelegt, das heißt, dass die Leute schon im Vorauswissen, okay, alle zwei Monate treffen wir uns, einmal am zweiten Mittwoch im Monat, soll ich sagen, und es ist auch gar nicht so schlimm, wenn nicht so viele kommen, wir haben jetzt letztens neun oder zehn Leute gehabt, das ist, also ich persönlich mag das sogar, wenn es ein bisschen engere Preise ist, aber die sind wirklich auch interessierte Leute, die kommen, und mit denen kann man auch wirklich ein bisschen austauschen, das war für mich halt sehr wichtig bei der Gründung, wie gesagt, also die Juxa Holland, die steht permanent aus drei bis sieben, acht Leuten, und das ist total glücklich, das ist total glücklich, richtig, es müssen gar nicht, es ist ein bisschen intimer, viel kompakter alles, genau, also und vor allem, man hat auch wirklich die Leute, die wirklich auch wirklich was wollen, und wirklich irgendwie dieses Wissen haben wollen, die sich einfach austauschen möchten, mit Gleichgesinnten, das war halt mir sehr wichtig, das war auch, warum ich das auch so gepusht habe, weil wir haben ja lange keinen gehabt, und dann habe ich mit Lukas halt drüber öfters gesprochen, und wir haben halt gedacht, das ist schon richtig cool, wenn man sich einmal im Monat, oder zweimal hier trifft, und einfach sich austauscht, nicht über das Internet, oder wie auch immer, ich meine, das machen wir ja sowieso jeden Tag, aber einfach die Leute sehen und so, und mir macht es auch immer Spaß, irgendwie den Leuten irgendwie, was beizubringen, also um das zu erklären, oder so zu zeigen, und ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand kommt, und irgendwie Fragen stellt, oder so, also ich helfe auch gerne, aber bei den Seiten und so, und bei den Tücken. Also als es die Hamburger Güler, haben wir auch zum Beispiel gemeinnützige Sachen gemacht, dann stehen auch Sachen super, die man gar nicht erst so oft beschirmt hat, wir haben zum Beispiel Selbsthilfegruppen beigebracht, in einem Workshop, wo sie ihren eigenen Seiten mitmachen können, das schon zum zweiten Mal, und da gibt man dann auch, als die Juna-Gruppe und anderen Leuten was mit, da entstehen auch Projekte, wenn man möchte, man muss nur die Idee haben. Super, ist eine super Idee, und das können wir eigentlich aufnehmen, so was man, wir haben zum Beispiel geplant, so einen kleinen Workshop zu machen, das Problem ist, die Zeit ist halt immer ein bisschen das Problem, wenn man sich halt am Abend trifft, nach Feierabend, unter der Woche, muss man halt immer gucken, wie man das macht, aber die Idee ist eigentlich super, so ein bisschen gemeinnütziges, ja, es sind keine Limits gesetzt. Und auch noch ein wichtiger Punkt, weil sich ja viele so fragen, ja, für wen ist denn der Juna-User-Gruppe, und ein Juna-Gruppe ist eigentlich für jeden, also egal, ob ich jetzt Entwickler in PLT bin, oder ein normaler Juna-User, der sich halt Juna aufsetzt, und damit freut eine Webseite oder so baut, es gibt immer was Neues, was man lernt, man lernt sehr viel, sehr schnell auch, eben da die Vorträge sehr weit gestrickt sind. Wir hatten einmal einen Vortrag von, wie denn Juna überhaupt funktioniert, bis hin zu, wie ich meine eigenen Plugins schreibe, und so, und man lernt einfach immer was, und deswegen gebe ich wirklich jedem als Tipp mit, sich irgendwo so einzubringen, oder eben selber einen zu machen. Auf jeden Fall. Ja, was gibt es noch? Also, ich weiß nicht, wir haben vielleicht ein bisschen Glück, ich weiß nicht, ob es Glück ist, aber wir haben, durch die Agentur und durch uns, weil wir halt täglich, tatsächlich mit Joomla arbeiten, haben wir schon ein richtig breites Spektrum an Vortragsstoff, wie nennt man es? Vortragsstoff. Stoff, ja. Und wir haben eigentlich, in dem kurzen Zeitraum, wir haben erst vier Meetups gehabt, wir haben glaube ich schon von Joomla, irgendwie schon von A bis Z alles durchgesprochen, also man kriegt wirklich sehr, sehr viel Input, sehr viel Wissen. Ich habe schon über Entwicklung gesprochen, Lukas hat über Temple Operator, oder? Über responsive design. er hat über SAS und LESS gesprochen, also man nimmt, man lernt wirklich viel, es lohnt sich auf jeden Fall. Ein Aspekt, wenn man als Userlein geht in die Gruppe und wenn man Probleme hat zum Beispiel, dann ist es auch wichtig zum Beispiel, so Leute, die da gerne zu kennen und die einfach mal anzuschreiben und zu sagen, da brauchen wir ein bisschen Mediation und so weiter, weil es gibt manchmal Leute, so eine Gruppe, die nicht so harmonieren und das ist ganz gut, also da muss man nicht sofort sagen, ich gehe da nie wieder hin und das ist schlecht und ich bin jetzt ein Leiter, sondern man kriegt da auch echt Hilfe von den Leuten, die etabliert sind. Das ist echt, die Kommune hilft. Das ist noch Newsletter, wir verschicken halt Newsletter, ich versuche es jeden Monat immer zu verschicken, ich habe auch für den Gymnardee habe ich so einen speziellen Newsletter verschickt, also das ist zum Beispiel, wenn man eine Usergrube gründet oder so, sollte man das vielleicht so aufrechterhalten, dass man wenigstens Kontakt, weil manche, die sieht man nicht so, die hat man nur einmal gesehen, aber über Newsletter kann man sich, kann man die Leute wenigstens informieren, was wir nicht empfehlen würden, was wir auch bei wenigen gesehen haben, beziehungsweise was bei uns auch gar nicht geklappt hat, war zum Beispiel ein Forum eingerichtet, wer ein Forum eingerichtet, das hat gar keinen Sinn gehabt, das hat auch keiner benutzt, das war einfach unnötig und das hätten wir ja auch pflegen müssen und wir auch irgendwie maintainen, haben wir auch rausgekommen. Also auch ein Wissensdatenbank oder Galerien, die dann da vorgeschlagen werden. Das sieht man auch nicht, das funktioniert aber nicht, das ist ja auch keine Seite, die tagtäglich von irgendwelchen Gymnardee Interessenten besucht wird, die wird vielleicht einmal aufgerufen, um einfach noch zu sehen, wann das gleichste Meetup ist so fertig. Deshalb unser Forum, oder wie auch immer, das hat bei uns überhaupt nicht gebracht, dann verweisen wir lieber auf das Forum von Gymnardee oder wie auch immer in andere Portale, aber über Newsletter halten wir die User aktuell und ich habe zum Beispiel bei einem Meetup, da kamen viele Fragen auf und es war schon später, da habe ich gesagt, okay, ich mache so ein kleines Summary und dann gebe ich mich weiter für den Links und am nächsten Tag habe ich halt den Newsletter verschickt mit den ganzen Informationen. Da haben wir auch super Feedback von den Besuchern und war eigentlich richtig gut. Sowas empfehle ich auf jeden Fall zu machen. Dann die Anmelde, bei uns ist es halt ein spezieller Fall, wenn wir das in den Räumen von 1-in-1 machen, müssen wir halt hier voraus diese Anmeldung haben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich in irgendwo, wo ihr euch nicht hiervor anmelden müsst, ich glaube, da ist es diese Schwelle, dass man irgendwie sich anmeldet, ein bisschen niedriger. Das heißt, die Leute kommen vielleicht spontan. Bei uns ist es halt momentan so gegeben, wenn wir die wollen benutzen. Das, was vielleicht als Tipp, suche ich vielleicht eine Location, die einfach so spontan, wo jeder halt hingehen kann, wäre vielleicht nicht schlecht. Wo macht ihr das denn? Wir werden von der Deutschen Hochbahn gesponsert, von der Deutschen Hochbahn. Oho, von der Deutschen Hochbahn. Das ist nicht nur wir werden gesponsert. Wo macht ihr das? In welchen Mieten kommen wir? Also, wir haben mit dem Schweinsgang angefangen, so kleinen Cafés und einen Kahn und so weiter. Okay. Und einer derjenigen, der jetzt dann mit dem Zug gestoßen ist, war eben bei der Deutschen Hochbahn. Ah, okay. Und bei Ihnen habt ihr das schon, okay. und Softwarenet oder so. Das ist super, oder? Ohne würde es gar nicht gehen. Inzwischen sind es ja echt froh. Wir sind 15 bis 30 Leute ungefähr. Da kannst du nicht mal Kaffee schweinzen zu sein. Ja. Das funktioniert. Habt ihr auch Beamer und alles zu dort? Ja, Beamer und alles. Ah, alles habt ihr so Signale. Genau. Das ist super. Wenn wir wollen. Genau. Also, was ich auch erzählt habe, was ich cool finde, natürlich, was auch die User interessiert, dass man wirklich auch sich die Zeit nimmt, um irgendetwas vorzubereiten, irgendwie so einen Vortrag. Ich denke, das ist auch sehr interessant, auch die Leute, die da hingehen, weil wir haben über Lebo, okay, was machen wir? Haben wir ein bestimmtes Programm? Oder was sollen wir machen? Und dann, ich denke, das macht ihr nicht anders, gell? Ihr macht ja auch immer Vorträge, oder? Ja. Wie geht ihr jetzt? Also, wir hatten früher teilweise so, dass wir den ganzen Abend einen Vortrag zugekleistert haben. Okay. Und dass wir echt die Leute gelangweilt haben, dass sie dann auf der Weg geblieben sind. Okay. Weil an dem Vortrag auch dann auf der Weg geblieben waren. Ja, so, da kamen einige an die. Verstehen. Ja. Und jetzt haben wir das eigentlich so, dass wir gemütlich zusammenkommen, erst mal was essen, dann sagen wir, also, wir kommen zusammen, um 8 Uhr ist dann der ganze Vortrag, maximal zwei Vorträge, bis 9 Uhr, dann kommt um 11 bis 10, 11 Uhr, schnappen wir, lösen Probleme. Und dann sprechen wir über Dinge, die neu sind, J-News, ein bisschen. Aber viel doch bereits früher, also dieses feste, nur Vorträge, das man. Genau. Also, wir haben es zwar jetzt auch immer fest, aber bis jetzt, wir haben es auch nicht übertrieben. Ja, immer so zwei bis zwei Vorträge. Wir haben die Vorträge auch von einer halben Stunde, explizit. Und wir machen, ja, auch so die halben Stunde. Und auch so ein Stück dieser Litz dann verlängert. Genau. Wir haben auch am Anfang, im zweiten oder im ersten Mittag haben wir so eine Liste aufgestellt, was interessiert euch überhaupt, was wollt ihr hören, was wollt ihr wissen? Akiwa-Backup, wie immer. Also Backup-Bestell, whatever, template-override-schreiben, CSS-Anpassungen, wie, was man mit tun hat. Oder willst du sich Ausgabe ändern, oder was weiß ich. Ich habe ja zig Möglichkeiten. Oder Suchmaschine-Optimierung wird ja auch sehr oft gefragt und sowas. Und anhand der Liste haben wir priorisiert, was wir dann vorher zuerst machen. Und zum Beispiel, ich habe geplant, so einen kleinen Workshop so wie gerade Themen gemacht zu machen. Das Problem ist, die Zeit ist halt limitiert. Deshalb muss ich jetzt gucken, bis jetzt ist es noch nicht zustande gekommen. Ich denke, dass wir dann bei einem nächsten Meetup irgendjemand angehen. Und das interessiert auch die Leute. Und deshalb, die kommen ja auch, wenn du Vorträge hältst oder wenn die Krippe gehalten hat. Und dann haben wir ja auch immer, keine Ahnung, bei zweitem oder drittem Mittag haben wir halt eine Frage auf, irgendwie, wie funktioniert manche Resolierung. Und dann habe ich so einen kleinen Zehn-Minuten-Vortrag mit Beispielen, so habe ich einfach spontan was erzählen. Und das ist auch ganz cool, wenn ihr so etwas in der User Group habt, dass die Leute irgendwie spontan einfach hinstellen und einfach was erzählen und so irgendwie. Ist auch ganz, ganz nett. Ja, bitteschön. Ja, wie so eine spontane Idee fällt ein oder auch wenn man so eine User Group hat, dass man einfach mal, es sind bestimmt in der Umgebung, weil du sprachst, es kommen zwei Stunden Anfang, das muss ich sagen, ich bin sicher, dass in der Umgebung in der User Group auch Leute sind, die, wo dieser Wunsch schlummert, ich möchte jetzt eine Webseite machen und die haben überhaupt keine Ahnung und wenn man sich dann in der lokalen Presse mal präsentieren und mir vorstellen würde, wir sind hier, wir machen Webseiten und dann mal Jumla-Präsidenten und sich in der Uwe, dass einfach die Niederung über die Presse angesprochen wird, dann kann man vielleicht auch Freunde aktivieren. Genau. Das Problem mit der Presse ist, man hat das schwer zu sagen. Mit dem Thema Jumla ist es anders nicht los, da ist immer die Sache des Verkaufens, also da sehe ich kein Grund, dass man da die öffentliche Presse mit der Selbsthilfe würde ich zum Beispiel ein bisschen prüfen. Das ist ja ein bisschen prüfen, man hat immer einen negativen Tagschirm. Ne, also eine Presse ist wirklich ein Problem. Die Presse will Geld verdienen, ganz klar. Man muss ja nicht zur Bildung, man kann ja in die Lokalpresse gehen. Ja, Lokalpresse, das ist relativ schwierig. Wenn man die weiterzunehmen wollen wir sehen. Was man halt machen kann, sind die Veranstaltungen, dass man sich da reinsetzt. aber meine Erfahrung aus zwei Jungs bis jetzt, dass halt, dass er nicht funktioniert mit der Presse. Das finde ich sehr interessant. Das ist... Lass uns mal probieren. Ja, also du kannst jetzt mal loslegen. Kann ich das Präsentate dazu was sagen? Ja. Ja, sag mal. Ja, das Problem ist, das Problem bei den Lokalen ist vielmehr die Tatsache, dass für eine Lokalzeitschrift einfach ein wenig greifbares Thema ist. Man kriegt die unter Umständen mit dieser Info, ja, wir sind lokal vor Ort, wir sind dann wieder diese Problematik, du hast ein Unternehmen, das lokal irgendwo sitzt im Hintergrund, was die User gut nicht so breit treten möchte, aber was für die Presse vielleicht eher den Ausschlag geben würde, das vielleicht mal aufzunehmen. Man kann es unter Umständen über Termine machen, aber das ganze Thema Software, Website und so weiter, auf diesem abstrakten Level, was Djunger eben und User gut bietet, ist halt extrem schwierig da reinzukommen. Also wenn wir mal ehrlich, der 0815-Lokalzeitungsleser ist in der Regel eher so ein bisschen älter, hat mit den Sachen keine Behörungspunkte, kann vielleicht PC bedienen, ins Internet gehen, aber darüber hinaus ist dann eben das Interesse auch nicht mehr da. Also hat die Tageszeitung natürlich auch so ein bisschen das Problem haben, jetzt noch was abzudrücken. Das ist ja auch klar. Ja, ich will gucken. Also darf ich vielleicht mal die Menschen da abholen, wo sie sind. Und die Presse ist noch woanders. Also ein Djunger ist ja jetzt tendenziell schon nicht so ganz weit vorn, aber die Presse ist noch viel weiter hinten. Und das muss man halt so Stückchen für Stückchen machen. Vor allem muss man sich auch überlegen, warum mache ich diese Video gut? Also mache ich die jetzt? In Frankreich gibt es ja diese tolle Erfindung des Apelro. Also man trifft sich halt abends auch ein Gläschen Wein und irgendeinen Grund findet man schon. Und meistens geht es um Kunst oder auch was, aber es kann ja auch mal um was anderes gehen. Und ich habe zahlreiche Computerkonferenzen in Frankreich erlebt, ohne dass irgendjemand Smartphone oder Computer hat. Das war echt total faszinierend. Sondern wichtig war eigentlich, dass es genug zu essen gab und dass die Leute irgendwas Persönliches mitgebracht haben. Und meistens war dann auch wiederum jemand von der Lokalzeitung da und hat dann so ähnlich wie bei der Feuerwehr halt das Foto gemacht und gesagt, die waren mal da. Und was ansonsten immer gut ist, tue Gutes und rede drüber. Also das heißt, wenn diese Organisation anfängt zu bloggen beispielsweise, das heißt, wenn ich euch einfach selber sage, einmal, oh wow, dann machen wir einen Blog-Eintrag. Dieser Blog-Eintrag hat ein Bild und dieser Blog-Eintrag, der wird auch so behandelt wie eine eigene Zeitung, SEO-technisch. Und spätestens in eure Joula-Gruppe, lokal höher, gerankt, die Lokalzeitung, werden die sich an euch wenden und überlegen, macht ihr das, weil die auch scheiße organisiert. Nein, das muss man erklären. Es ist besser, ja. Und das sind selten Leute, die sich auskennen. Also deswegen ist es so, warum tue ich das? Aber daraus kann ich auch wieder Themen generieren, die wieder interessant sind. Und daraus kann ich auch ein Projekt generieren, mit dem ich wieder Geld verdiene und so was. Und ich sehe ja immer so als Kern da drin, ich tue nichts, ohne dass mir einer Geld dafür gibt. Also ich meine, ich liebe vielleicht mal Frau oder so, aber ansonsten tue ich mich schwer, damit Dinge ohne Gegenleistung zu kriegen. Das muss jetzt nicht Geld sein, aber es muss irgendwas anderes sein, was zurückkommt. Und ich tue mich aber auch ein bisschen schwer, damit mit diesem, wir machen jetzt die Welt besser, wenn wir die User-Kunfts-Würfe oder irgendjemand machen. Da muss irgendwas sein. Aber entweder kriege ich Freundlichkeit zurück oder irgendwas aus der Ogeo oder oder oder. Und das einzige, und das Zulag eigentlich kann, ist eben dieses Content-Nation-Zeug einfacher machen. Und wenn die Leute das Problem noch nicht haben, dann muss man ihnen erklären, dass das was Cooles ist. Also das, und das muss man denen erklären, weil es eben abstrakt ist. Die sollte auch überzeugen. Sehr gerne. Das ist ja auch fein und vor Ort. Also jeder, jeder Verein hat Geld, alle auf eine Webseite, die sehen im Prinzip alle, wenn man ja hört. Setz doch da, mach nur ein Beirat, da kommt die Presse von alleine. Ja. Ja. Achso, das ist schon banal. Also Arbeit. Wir wollen doch nicht unbedingt die Presse da reinbringen. Genau. Wir sind zufrieden, so wie es läuft. Ein Moment. Ein Puls. Richtig. Ich verstehe es. Ja, klar. Was auch so ein Ding ist, ist diese ganze Social-Media-Kiste, wo es sich alle nur so schwer getrunken wird. Also, wenn ich ungefähr weiß, was ich will, dann kann ich auch anfangen, was mit Twitter und Facebook zu machen, ohne dass es nicht die Leute Kreuze gibt. Denn, eigentlich ist es eine ganz simple Sache. Einmal pro Woche was schreiben, einfach brutal zu tun, was jetzt nicht ganz doof ist. Und wenn man das macht, dann wird man automatisch bekannt. Und vor allem fragen die Leute, was ist denn überhaupt dieses Twitter? Aber schon, das wäre ein neues Thema. Aber wie kann ich Ihnen die API einzapfen, um in meiner Joomla-Seite mal dran zu zeigen? Und plötzlich wird die Vor- und Zeitung hergehörig, das hat noch nie funktioniert. Weil in dem Fall, wenn man ja die Bette-Dinger hat, die dann wieder auf mobile nicht funktionieren. Und das ist so, rucki-zucki, kommst du da etwas Cooles rein. Also, ja. Ja. Dass Victor mal sprachlos ist. Ich bin nicht sprachlos, ich warte auf... Ja, ähm... Du willst schon was erzählen? Warst du es dann von unserem Vortrag? Falls ihr noch Fragen oder Diskussionsbedarf habt, gerne jetzt. Wir haben ja schon angefangen. Und macht einfach weiter mit eurem Joomla. Begeistert weitere Leute vom Joomla. Ich finde es klasse, Victor findet es klasse. Tauscht euer Wissen aus. Ja. Sehr wichtig. Ich treffe coole Leute. Und wichtig ist, nicht die Webseite lebt, sondern die Community lebt dahinter. Richtig, richtig. Schöne Schlüssel. Dann danke für das Dasein. Dann wissen wir. Das war's für heute.